Salve Atuti, ich bin aus dem Urlaub wieder zurück. Wir haben Freitag, den 9. August und ich will mit Ihnen diesen kleinen Film über den DAX anschauen. Meistens ist es so, dass der DAX zur erhöhten Volatilität neigt, wenn ich nicht da bin. Bei mir im Chat auf Facebook, DAX Trader von Finanz.net, die Leute machen sich schon lustig darüber. Und wenn mal nichts los ist, fragen sie, wann ich endlich mal wieder in Urlaub gehe. Das nächste Mal wird sein, die letzte Woche September. Können Sie schon mal irgendwie ganz rot anstreichen. Es ist immer so. Und da komme ich zurück und dann ist die Volatilität tot. Und meistens sind die Kurse da, wo sie waren, als ich gefahren bin. Das hier, als Sie vorsichtig sehen, ist der DAX auf Wochensicht. Also eine Kerze, eine Woche. Und da sind ganz, ganz viele interessante Punkte. Das erste ist, wir handeln natürlich jetzt hier fett unter der Vorwoche. Ja, das ist die 200-Wochen-Linie. Und merken Sie sich, weil es kommt nämlich gleich nochmal, den Punkt 11.600. 200-Wochen-Linie. Verbindet sich da mit dem unteren Wochen-Bollinger-Band. Das ist schon mal eine recht gute Unterstützung. Das darf man im Wochenchart nie auf dem Punkt genau sehen, sondern dem muss man eine Toleranz von 70 bis 100 Punkten geben. Das muss man machen. Das ist nicht viel. Das ist 1%. Das wäre bei Commerzbank sowas wie 5 Cent oder bei Deutsche Bank mit Myonot 7. Das ist nicht viel. Die Toleranz muss man geben. Wir haben hier einen Boden, da einen Boden und wir sind dann hier auch leicht drunter, schließen aber drüber. Wir schließen auch über der 200-Wochen-Linie. Aber wir haben hier vom MACD her weiter negatives Bild, von der Stochastik her weiter negatives Bild. Das heißt, dieser Bereich hier, und ich mache ihn jetzt mal so ein bisschen schraffiert, dieser Bereich hier ist super wichtig. Bestehend aus dem Dreifachboden, in Kombination mit der 200-Wochen-Linie und dem unteren Band und dann kommt sogar ganz knapp dahinter bei 11.464, kommt das 50% Retracement von dieser ganzen Aufwärtsbewegung, die wir hatten seit Ende Dezember letzten Jahres. Meines Erachtens nach kann man den also ein bisschen einkreisen. Ich kann den also sehen von 11.464 bis ganz grob 11.600. Ich kann also so eng machen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Jetzt schauen wir uns die ganze Geschichte mal im Tagesvergleich an. Das ist jetzt also der DAX-Chart, eine Kerze, ein Tag. Ja, wir sind überverkauft, aber noch nicht über der von mir favorisierten 20er-Linie. Wir haben hier eine leichte Stabilisierung. Das ist ganz einfach zu erklären. Wir haben fünf Tage mehr oder weniger um das gleiche Niveau herum oszilliert. Gleitende Durchschnitte komplett ins Minus 10, deutlich unter 20 Tage. Schauen wir mal auf die Bänder. Sie kennen meine Theorie. Wenn die Bänder weiter aufgehen, muss ich auf das der Bewegung entgegengesetzte Band achten. Das ändert zwar leicht die Richtung, also von sehr steil auf horizontal, aber es dreht noch nicht nach unten. Das heißt, das ist für mich hier noch nicht fertig. Und dieser Bereich runter bis zu 11.464 ist auch hier vom Tageschart sehr wichtig. Es gibt noch einen weiteren Punkt hier, und zwar eine Kurslücke, ein Gap. Vom, wann war das? 29.03. bei 11.526. Das kommt also auch noch hier rein. Das ist also ein riesengroßer Mischmasch. Und hier, das ist die 200-Tage-Linie. Ich sagte eben 11.600. Die 200-Tage-Linie liegt verglichen mit der 200-Wochen-Linie 44 Punkte drüber. Also 200 Tage war 11.644 und 200 Wochen war 11.600. Das habe ich auch noch nicht allzu oft gesehen, muss ich ehrlich sagen. Die liegen also fast parallel, deckungsgleich. Also vor diesem Anblick hier, muss ich sagen, wir sind noch nicht durch, durch das tiefe Tal der Tränen. Ich persönlich empfinde das hier als ein erfrischendes Sommergewitter. Da ist noch wirklich nicht so viel passiert. Natürlich sind das hier 1.000 Punkte, das ist mir auch klar. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen kann, der Trend ist komplett kaputt. Mir fällt aber eine andere Sache auch auf. Wenn ich jetzt einfach mal die Fibus anlege, von hier oben, vom Beginn der Bewegung bis zu deren Ende, haben wir im DAX noch nicht mal das 38,2er gesehen. Beim Dow zum Beispiel sind wir schon hier oben. Wir haben fast das 50er touchiert, fast auf den Punkt genau. Das haben wir in Deutschland überhaupt nicht mitgemacht. Wir sind davon weit weg. Das heißt, die Gegenbewegung auf diesen Verfall hier ist schwindend gering. Umso wichtiger ist dieser Bereich von, jetzt ganz grob, 11.550 zu 11.600. Der darf nicht fallen mit Schlusskurs. 10, 20 Punkte drunter ist noch okay. Aber sagen wir mal, 11.530, dann ist hier Schluss mit lustig. Dann müssen wir davon ausgehen, dass wir uns irgendwann hier deutlicher unter der 11.000 noch mal befinden werden. Also die Bänder finde ich noch negativ. Gleitende Durchschnitt sind negativ. Hier gibt es ein leichtes Stabilisierungszeichen. Hier die Stochastik auch, aber noch kein Kaufsignal, ledige Stabilisierung. Aber von den Fibus her ist das, von der Gegenbewegung her ist das super schwach. Es gibt ein paar Werte, die genießen jetzt wieder Vertrauen. Wenn ich jetzt sage Bayer, wenn viele Leute sagen, uiuiui, aber da ist doch gar nichts geeinigt, ist es auch nicht. Aber ich glaube, dass sich mit so einer Meldung von heute die Shorts eher schwer tun werden. Und ich glaube nicht, dass die Bayern nennenswert fallen werden. Der Vonovia liegt gut, der RWE liegt gut, die deutsche Börse liegt gut. Aber dann geht es los. Wir haben ein großes Mittelfeld, was mehr so, naja, mehr schlecht als recht liegt. Aber dann, die Autos schwach, die Banken schwach, sowas wie Eons schwach, Thyssen schwach. Also bei mir ist die Schaukel immer noch, oder die Balance, die ist immer noch mehr auf der negativen Seite. Ich halte mich hier sehr mit Longs zurück. Allerdings ist dieser Markt hier momentan, so wie er gespielt wird, ein Traum für jeden Daytrader. Weil die Bewegungen sind nicht nur 20, 30, 40, 50 Punkte in eine Richtung, sondern das geht auch mal 100, 200, 300 Punkte in eine Richtung. Also Daytrader, sensationell. Jetzt gehe ich mal mit Ihnen zu Scheinen. Es macht für mich wenig Sinn, zu sagen, okay, wir haben jetzt schon 1.000 Punkte verloren, irgendwann muss der Markt mal drehen. Das ist gefährlich. Das endet meist im Chaos. Ich brauche das nicht. Solange dieser Bereich hier hält, hat der Markt locker die Möglichkeit, also wenigstens zum 38,2er, vielleicht sogar zum 50er zu gehen. Die hat er. Von dem Hintergrund von dieser Technik. Brauchen wir irgendwo irgendeine Nachricht, den Pandelstreit? Und dann ist die Geschichte erstmal hier ad acta. Da sagt jeder, das ist der 200-Tage-Linie hat wieder gehalten. Ja, das kann passieren. Aber deswegen suche ich mir keinen Schein aus, der hier unten irgendwo liegt, um die 11.000 rum, sondern ich nehme einen, der relativ knapp ist. Ich habe mich jetzt für den hier entschieden. Wo ist er? Hier. 11.265er. Da sind wir hier. Der kostet nicht so viel und wenn eine fette Bewegung kommt, bin ich nicht so ganz tief drinnen. Dann mache ich lieber eine kleinere Position, habe einen größeren Hebel. Der Freund hat jetzt hier einen Hebel von 27. 11.265, ein Open Endschein von Goldman mit der Kennnummer GA2LDY. GA2LDY. 11.265. Tja, und wann nehme ich den? Also im Prinzip erst dann, wenn wir das heutige Hoch überbieten. Und das heutige Hoch, das war 11.850 meine ich, 857. Wenn wir das überbieten, dann wird es von hier unten her Kaufsignale geben, das hier würde bestätigt werden und dann kann man vielleicht sehen, wenn das obere Band einknickt, dass der Markt auch nochmal eine größere Strecke nach oben macht, in Richtung 20-Tage-Linie, die aber weiter fällt. Beim Putt habe ich mich dazu entschieden, dass ich den über das 61er Retracement lege. Das liegt bei 12.194, der muss ein bisschen drüber liegen. Also da habe ich sowas hier, 11.241. Das ist ebenfalls ein Open Endschein, ebenfalls von Goldman Sachs und das ist die GB002B. Gustav Bertha 002B. 12.241, da lege ich hier ungefähr, da. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er bis dahin geht. Also was ich jetzt gerne erleben möchte, ist, schafft er das wirklich, Montag, Dienstag da hochzugehen? Aber ich vermute einfach, dass das Misstrauen ist erheblich größer als das Vertrauen. Deswegen glaube ich, ist es einfacher, den Markt nach unten zu spielen, als nach oben. Und vor dem Hintergrund bleibe ich tendenziell eher weiter skeptisch, wenngleich ich schon ganz froh bin, dass der Markt endlich mal eine größere Bewegung gemacht hat und sich somit Tages- und Wochentechnik erheblich abgebaut hat. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.